Seid gegrüßt zu einem neuen Windeltest. Im heutigen Video habe ich eine besondere Windel, die definitiv auffällt, es ist die Real Seduction. Den Hersteller kennt ihr sicherlich, er ist einer der größten im ABDL-Bereich und ich hatte schon einige seiner Windeln im Praxistest. Alle bisherigen waren aber eher mit bunten Motiven bedruckt, diese hier kann man auch einfach die lila Windel nennen. Die Real Seduction sticht nicht wegen besonderer Aufdrucke ins Auge, sondern wegen eines knalligen lila Farbtons. Sie ist komplett lila gefärbt, ohne Ausnahme und es ist auch nichts darauf bedruckt. Das kommt selten vor, mir fällt spontan nur die North Shore Megamax ein, die es neben weiß und bunt auch inkomplett gefärbt gibt, zum Beispiel blau. Auch das sieht man meinem Eindruck nach nicht so oft, da viele entweder direkt die bunt bedruckten Windeln mögen oder alternativ die schlichten weißen. Aufgebaut ist die Real Seduction ähnlich, wie man es von den etwas gehobenen ABDL-Windeln kennt. Sie hat Mehrweggleber aus Plastik, dafür vorne eine Klebezone und im Inneren sind die erhöhten Bündchen an der Seite. Sie sollen verhindern, dass die Windel ausläuft, wenn sie voller wird. Außerdem bieten sie noch etwas Raum, um die Saugleistung durch zusätzliche Einlagen weiter zu verstärken. Bei den Praxistests werde ich das nicht machen, um herauszufinden, wie viel die Windel alleine aushalten kann. Dazu kommen wir gleich. Zunächst zu den Klebern. Hier haben wir die gewohnten Mehrweggleber mit dem blauen Streifen am Ende, wie sie bei dieser Art bisher überall zum Einsatz kamen. Sie lassen sich leicht lösen und können bei Bedarf jederzeit neu verklebt werden, wenn etwa die Windel rutscht oder voller geworden ist und daher nicht mehr so gut sitzt. Zum Tragekomfort kommen wir später noch. Nun erstmal der Praxistest, wie lange bzw. wie viel diese Windel im Alltag aushält, wenn sie richtig sitzt und nicht zu locker angelegt wird, beeindruckt es sie auch nicht, wenn größere Mengen Urin in kurzer Zeit hineinfließen. Ich habe das getestet, indem ich die Windel im Alltag benutze, bis sie ausläuft. Dann wird sie gewogen und man sieht, wie viel sie aufgesaugt hat. Bis sie ausgelaufen ist, hat sie erstaunlich lange durchgehalten, mehrere Male einnässen waren kein Problem. Insgesamt erreichte die Windel nach dem Auslaufen ein Gewicht von etwas über 1,9 kg, ein durchaus gutes Ergebnis im oberen Bereich. 230 g wiegt die leere Windel. Auch das befindet sich eher im oberen Bereich und demonstriert, dass es sich um eine dickere handelt, die man deutlich spürt. Ich habe eine ganze Packung getestet, um einen umfangreichen Eindruck zu erhalten, diese Windel ist durchaus gewöhnungsbedürftig, dazu später noch mehr. Nun erstmal zum Preis, sie wird im offiziellen Shop des Herstellers angeboten, der aber in Kanada sitzt und nicht nach Deutschland bzw. Europa verschickt. Ich habe daher bei ABDL Factory aus den Niederlanden bestellt, eine Packung mit 12 Stück Inhalt kostete dort 29,69 Euro, sodass man für eine einzelne Windel 2,47 Euro bezahlt. Für die Saugleistung geht der Preis in Ordnung. Ähnlich wie bei der Cloud Ries, die ich in einem der letzten Videos ausprobiert habe, kommen aber noch Versandkosten dazu. Rechnet man die mit rein, kommt man auch hier nahe an andere Windeln des gleichen Herstellers heran, die eine noch höhere Saugleistung bieten, wie etwa die Kritter Caboose. Je nach Geschmack finden manche diese zudem optisch ansprechender, weil sie mit bunten Motiven bedruckt ist. In dem Punkt ist die lila Windel nur schwer mit anderen vergleichbar, zwar ist sie komplett lila, wofür der Hersteller eine große Menge an Farbe benötigt. Dafür ist sie eben nicht mit bunten Bildern bedruckt, wie es bei vielen anderen ABDL Windeln der Fall ist. Ich würde keines davon pauschal als besser oder schlechter bewerten, sondern als Geschmacksfrage. Persönlich finde ich beides interessant und sehe die lila Windel als nette Abwechslung zu den bunt Bedruckten. Schließlich muss man sich ja nicht ewig bei einem einzelnen Design bleiben, sondern kann mehrere Windeln haben, so trage ich dann gelegentlich mal diese hier und an anderen Tagen dann wieder eine Candy Fluff, Safari oder eine der zahlreichen Alternativen, die bunt bedruckt statt einfarbig sind. Vom Tragegefühl her fand ich es schon beim Auspacken positiv, dass die Windel nicht so extrem in die Packung gepresst wird. Bei den Krinkels ist mir das aufgefallen, vor allem bei den zwei neueren Designs, sie sind so stark in die Packung gepresst, dass man die ersten 1 bis 2 Windeln nur schwer herausbekommt. Dadurch sind alle Windeln recht hart, obwohl sie vom Material her ja eine recht weiche Folie außen haben. Daher sollte man die Krinkels einmal querfalten und ein wenig kneten, damit sie aus dieser starren Position herauskommen und lockerer werden. Macht man das nicht, passen sich die Krinkels nicht so gut an den Körper an und fühlen sich zudem recht hart an, bis sich die Form nach etwas Bewegung besser an den Körper anpasst. Bei der lila Windel aus diesem Video war das überhaupt kein Problem. Selbst die erste bekommt man schon recht gut aus der Packung und sie ist weich. Allerdings hat sie nicht so eine glatte Folie außen, wie etwa die Kritta Kabus oder auch einige andere ABDL-Windeln, sowohl von diesem Hersteller, als auch von anderen. Sondern eher eine etwas mattere. Schwierig zu beschreiben, es fühlt sich immer noch nach Folie an, nur etwas weniger intensiv. Das fand ich anfangs vom Gefühl hier ungewohnt. Nach ein paar Windeln hat sich das gelegt und ich sehe es mittlerweile als eine Alternative zur glatteren Folie. Bequem ist sie auch, der Schnitt ist großzügig, aber nicht zu groß. Ich hatte wieder Größe M wie bei den meisten anderen Windeln und sie hat gut gepasst. Es gab keine Überraschungen wie bei Norshore, wo die Größen anders interpretiert werden, als bei so ziemlich allen anderen Windeln. Beim Tragen ist mir auch nichts Negatives aufgefallen. Schon leer spürt man sie deutlich, also nicht unbedingt die erste Wahl, wenn es unauffällig sein soll. Unter einer normalen Hose sieht man sie trotzdem kaum. Das ändert sich erst, wenn die Windel voller wird. Bei knapp 2 Kilo an Gewicht wird natürlich Raum benötigt, daher würde ich die Kapazität nicht voll ausreizen, wenn man damit unterwegs ist. Zu Hause ist das dagegen kein Thema. Trotz des nicht so glatten Außenmaterials hat mich die Windel im Verlauf des Tests überzeugt, dazu eine gute Saugleistung und ein angenehm weiches Tragegefühl. Wenn Unauffälligkeit nicht so wichtig ist und man lila statt bunter Motive mag, ist sie eine gute Wahl. Leider gibt es ein größeres Problem, das ihr bestimmt schon kennt, wenn ihr meine Shorts angeschaut habt. Der Hersteller hat angekündigt, dass er sein Sortiment verkleinert und dabei ist diese Windel dem Rotstift zum Opfer gefallen. Es wurde eine letzte Lieferung produziert, die derzeit noch abverkauft wird, bis die Lager leer sind. Wer diese Windel möchte, der hat also nur die Möglichkeit, sich mit Restbeständen einzudecken, solange der Vorrat reicht. Das ist durchaus schade. Zwar ist sie nicht so bekannt wie andere Windeln. Aber trotzdem finden sich im Web einige Kommentare von Kunden, die sie mochten und traurig darüber sind, dass es sie bald nicht mehr gibt. Du kannst gerne in die Kommentare schreiben, wie dir die lila Windel gefallen hat.